Ja, 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 hier geht's gut zur Sache. Boah, steht denn da von geiler Schlitten hier? Da hinten geht's nochmal. Gibt's nochmal eine Ladung hin. Muss das doch genügen jetzt mal. Wäre noch nicht genug. Oh, Panzer. Oder? Ja. Jetzt. So, mein letzter Luftschlag. Und irgendeiner ist schon wieder angeschlagen und ich bin auch gleich down. Kacke, ey. Der Tür ist noch da. Hier, es kommt hoch. Ich muss in Deckung, Digga. Ich hab keinen Bock, schon wieder zu verrecken. Leck mich am Arsch. So, den müssen wir noch erledigen. Nein, wer schießt denn da? Runter da. Muss doch nur in Deckung. Ich will doch mal ein bisschen... Ach, leck mich. So, und jetzt hab ich so viel Munition verschwendet, dass ich den Panzer da hinten nicht mehr daum kriegt, der hier gleich um die Ecke kommt. Wart mal ab. Au! Was zur Hölle war das? Ich bin gleich schon wieder down. So, ich muss ins Auto. Wow, wow, wow. Muss mal ne Runde um den Block drehen, ey. Ich bin hier so hart angeschlagen. Geht überhaupt nicht. Irgendwohin, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ein bisschen chillen, ja. So, was muss ich denn noch kaputt machen da? Ah, jetzt darf ich wieder schießen. Oh, das ist schön. Ich weiß wohl nicht, was ich kaputt machen muss. Gleich nochmal da hinten hingehen. Ach Gott, das kommt über die scheiß Flugzeugen da an. Wow, 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 wow. Ey, Leute, das ist ne Mission. Das ist recht derbe, ey. Ich dachte, die... Wow. Jetzt weiß ich wenigstens, ja. Genau, wenn ich abschießen muss. Jetzt kann ich noch schießen. Ich bin so. Geh da hoch. Ein. Na, stabile Seitenlage hab ich hier grad. Kann ja nicht schief gehen, ne. So, haben wir den einen Fettsack jetzt down, ja. Oh, das war's. Haben wir es geschafft? Oh, wir haben es geschafft. Stark. Stark. Jetzt müssen wir uns entscheiden, oder ob wir Kilbane entkommen lassen oder die Mädels retten, oder das? Äh, ja, Entscheidung, ganz klar, wir retten natürlich. So, so scheiße drauf sind wir jetzt auch nicht. So, raus da. Wollen wir hier drauf gehen? So, hab ich. Ist, ist hier Pierce und so noch mit am Start? Ne, ich bin allein. Gott sei Dank. Auf jeden Fall Start-Tour, Leute. Definitiv. Geht das auf Zeit? Geht das auf Zeit? Ich weiß es nicht, Leute. Ach, wie kommen wir denn zur Start-Tour, ey? Äh. Ich muss mir grad mal einen Weg anzeigen lassen. Hier ist die Start-Tour, oder? Müssen wir jetzt mit dem Schiff hin, oder wie, oder wat? Das müsste so sein. Ach du Kacke, was ist denn das? Was ist denn das für ein Weg? Ist klar. Ja, 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 ja. Ist klar, ist klar. Ähm. Ja. Äh. Wie kommen wir da hin? Brauch ich ein Schiff hin, oder wie? Keine Ahnung. Gibt's hier ein Jet-Ski? Gibt's hier ein Schiff? Gibt's hier irgendwas? Oh, Leute. Leute, Leute, Leute. Oh, der Rette-Shambi. Ja. Ich hab hier wieder alle Spacken der Welt am Arsch. Ja, und Bonnie Tyler singt, I need a hero. Das passt. Ich bin ein Hero, wenn ich hier jemals lebend rauskomme. Und die Girls dann noch rette an der Start-Tour. Ja, war doch. Hier liegt doch da oben mit einem 3 PS. Footgarn. Nein. Aus. Im Namen des Herrn. Oh, 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 oh. Alter, hier geht's steil, ey. Ja, ich bin down. Das wird erstmal nix mit der Mission hier. Ausdauer haben wir auch nicht mehr. Jetzt kommt noch ein Flugzeug da an. Kam an. Da liegen die Klumpen. Ah, fuck, Dreck. Oder springe ich ins Wasser und schwimme da hin. Geht das überhaupt? Ich hab keine Ahnung, liebe Leute. Äh, da läuft noch irgendwie. Aber ich glaub langsam wird's mal Zeit. Dass ich mal, ähm, hier ein paar, mir ein paar Verstärkungstypen hol. Ja, erstmal Bargeld abkassieren. Aber ja nicht so viel. Ähm, Telefon. So, wen rufen wir mal an? Olek hat gut aufgeräumt. Besetzt. Leck mich, Olek. Wenn man die schon mal braucht. Wenn haben wir die noch an der Strippe. Fahrzeuglieferung? Jetzt müsste ich schon wissen, was was war, ne? Blöd. Haben wir da irgendwie so ein Jetski oder so? Pierce tut hier eh schon rum. Die liegt auf der Starttour. Angel am Flughafen. Kinsey auch Starttour. Zimmos. Drop an, bitch. Ja, kommt der jetzt wenigstens? Ich hab keine Ahnung, Leute. Mann, ich brauch ein Schiffchen. Jo, die wissen sich henseitig. Wie komm ich da drüben an die Starttour ran? Weißt du was? Ich schaff einfach mal ins Wasser. Sprung ans Ufer, komm ich wieder zurück, ne? An der falschen Seite, ja, ja. War mir klar. Ah, da drüben müsste ich hin. Wacht mal. Ich muss ja gar nicht zur Starttour. Ich muss da drüben irgendwo hin. Ja, fahrt immer ins Wasser, Idioten. Henner. Sind die hochgefahren, die Trippi oder was? So, da ist ein Fahrzeug von den Stacks. Das hält ein bisschen was aus. Aua, aua, aua. Voll die Trümmer auf mich. Oh, da schnapp ich ihn mir doch direkt mal. Ja, Homo-Prinzen, ihr könnt mich alle mal. Nein! Ja, scheiße, ich doch drauf. Dann soll der seinen Arsch mal hier umgewegen. Oh, der Pierce, der blöde Penner, ey. Grab an. Jetzt brennt der Karren schon, ey. Und das war's. Leute. Ja, ich hab's erahnt. Mission geht gut in die Hose. Erneut von Checkpoint beginnen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht diese drei Dinger da nochmal komplett aufräumen, ey. Da kotze ich. Da stecke ich mir gleich den Fingern in den Hals. Nee, Gott sei Dank, ey. Ach, da steht er in den Karren. So, Pierce. Kommt auch schon angeflogen. Ah, das war mal Pierce. Gut, den rufe ich auch nicht. Der hält mich eh nur auf. So, mit dem Hammer. Aua, aua. Scheiße. So, über die Brücke geht's. Und zwar hier. Wo wir eben grepiert sind. Nein, da bauen die jetzt eine Straßensperre in. Ihr wollt mich doch echt verarschen. Ey, ihr. Grinsen des Wahnsinns. Quetsch dich doch da durch. So, der Motor räumt schon mal leicht. Nein, jetzt kommt er nicht da rüber. Oder wie? Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, wenn ich's immer auf der anderen Seite schon mal. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ja, nur ohne Fahrzeug. Ach, Zeug. So, dann shoppe ich mir den Karren hier halt. Ach, call the police. So, ein paar Fister hier. Ach, hoffentlich findet man das jetzt so halbwegs problemlos. Wo wir da gehen müssen. Und immer noch Bonnie Tyler am Start. Einen Raum. Ne, Waffenladen lassen wir mal rechts liegen. So, jetzt muss ich mal gucken hier auf meiner... ...meine Karte. Wer ruft mich denn da jetzt an? Da müssen wir hin. Da geht's hin. Oh, ja. Ich bin auf jeden Fall unterwegs. So, wir haben's geschafft. So, Bonnie Tyler im Hintergrund. Da kann eigentlich nix schief gehen. So, mit dem Miami rasen wir mal hier zur... ...ja... ...Gießer-Statue. Ist ja irgendwie ein Steg zum Anlegen oder... ...ist das hier alles Schrott. Ich weiß es nicht, liebe Leute. Ach, hier. Rückwärts einparken. Und raus. Wow. Hier geht's direkt steil. Wow, 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 wow. Die hocken schon da oben, ey. Leute, was ist denn Deutsch kaputt? Sniper hab ich nicht mehr am Start, ne? Ne. Gut. Dann müssen wir mal in den Nahkampf switchen hier. So, rein da. In den Tower. Tower of Power. So, wegbrutzeln hier den Mist. So, was wolltest du denn jetzt hier? Ach, Top-Schuss. Früher werden wir das... Alter, wie viel sind wir denn hier von denen? Gut, mir turnt auch noch einer rum. Einer, ja, einer ist gut. Ein paar mehr. Ich hoffe, du respawnen nicht so schwul wie eben. Das wäre äußerst... Äußerst unpraktikabel hier. Ui, okay. Oh, das geht auf Zeit, Digga. Nein. Fuck mir, die Suppe. Oh, ja klar, dass hier auch noch einer steht. Oh, da liegt schon mal ein Mädel vor mir. Viola. Schluckelchen. Kann ich dich retten? Ja. Hallo. War das Viola? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall besser als hier mit diesen Giftingern da. Da liegt noch ein Ninja. So, weg mit dem Scheiß hier. Oh, da liegt ja noch ein Kollege von uns. Ah, der Rocker hier. Er ist ganz wichtig. So. Ich begleite mich jetzt, oder wie? Oh, da liegt ja noch jemand. Ach so, nee, das ist gar ein Viola. Das sind hier meine Crew-Members, oder wie? Ja, wie komme ich denn da hoch? Hier, oder was? Alles klar. So, ich denke mal, ich werde mal lieber wieder auf die Waffe hier wechseln. Ich werde bestimmt schon irgendjemand auf uns warten. Äh. Boah, jetzt muss ich doch ganz hoch, oder was? Schüttel. Oh, haha. Na ja. Das Empfangskomitee ist schon mal da. Ihr Brüder Grimm, oder was? Grimm und Grimm, ja. Freund, Freund, Freund. So läuft das hier aber nicht. Kollegah, was du mache. Kollegah. So, da stand da eben auch noch einer. Hinter mir geht es auch noch rund. Wo kommst du denn her? Alter, 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 alter. Ja, mei, alter. Kommt die ganzen Spongos denn her hier. Boah, Leute, mit der Zeit das Wippen. Das wird eine haarscharfe Geschichte hier. Warum ist die Wummi hier auch so? Ne, da hat ein Sniper. So, jetzt aber hier mal ein bisschen Gas geben. In die Kacke hier runter. Ach so, ich kann die auch da zerplatzen lassen hier mit dem tollen Gerät. Nein! Ich glaub's nicht. Schieß das Ding noch da weg.